Ahoi meine lieben, SIDKAS hier. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Life is Strange 2, Episode 3. Genau, wir gehen jetzt zum See gucken. Vorher will ich nochmal ganz kurz schauen hier. Das nächste ist, achso, hier diese Grasgeschichte oder vielleicht da unten das Seebild. Dass wir da irgendwas finden. Wie auch immer, wir sollen Daniel finden. Der war mit Finn gemeinsam zum See unterwegs. Und dann gehen wir da mal hin und schauen uns das an. Ach, ist das einfach schön, ey. Was machen die da? Okay, die üben Messer werfen. Ja, auch Daniel hat eine neue Frisur. Also eigentlich sind die Haare nur ein bisschen länger. Zu jung, wir müssen sechs Volltreffer, oder ist das... Wow. Dann trainiert du dir gut, sechs? Bullseize-Dude? Ja, ich bin besser. Glücklich. Du kannst nicht einen Baseball spielen, ohne mich in die Hände zu spüren. Wie hast du gelernt, dich so gut zu spüren? Praktisch. Ja, genau. Hey, wow. Was ist mit dir zwei? Ich sollte dir wissen, aber ich bin ihn, wie ein Haar. Sehr ehrlich, viel Respekt. Er ist wie mein eigenes Blut. Und nicht, dass ich so heiß oder cool als das große Brot. Yo, Sean. Idea. Ich will sehen, ob Daniel hat die Familie's Bladeskills von dir. Wie geht's ein bisschen Demo? Er kann nicht das tun. Komm, lass uns den Mann eine Chance geben. Okay. Ja. Ich nehme ein Schuss. So, na dann. Ach, hey. Oh, je, wie, nee. Okay, drücke, um dein Ziel zu stabilisieren. Okay. Ach, du Scheiße, ey. Naja. Aber so schlecht nicht. Hold your right arm. More like this. Better alignment. Better rain. You just sucks at this. Dude, what's wrong with you? Na los, das machen wir nochmal. So, wir versuchen... Okay, das war schon besser. Okay, das war schon. He's in, Sean. That's the secret. Oh. Oh, fuck that! Ha! Miss, see? I rule. Heh. Sorry, Sean. You're not a ninja. But you're still cool. Just ask your brother for help next time. Do you have to see me? I can't believe you cheated. What? What do you mean? Come on. Don't play dumb. You're showing off in front of Finn. You want him to find out? Finn is cool. He wouldn't tell anybody. You don't know that. You're gonna get busted, Inano. You need to listen to me. Stop telling me that. I hate it. Daniel, don't... Why? See? Stop, Daniel. Now. Or what? I said stop, Daniel. Don't... slap me! Uh-oh. Sean. I'm sorry. I didn't mean to. I'm okay. It's fine. I told you. You're good. But you don't have control over your powers yet. Yeah, but we stopped training since we got here. You'd rather hang out with your new friends. Well, because we need to fit in if we want to keep that job, okay? But you're right. Let's, um, do some training later today. Cool? Yeah. Let's go by the lake again. But, Sean. How long are we gonna stay here? It's been like a month. I know, but we need more money to get to Porto Loos. Remember? It's gonna take forever. You should try and find mom. Since we have her letter now. Hmm, why can't I say yes? That would actually interest me. And that's why I'm, in the sense, it's also useful to produce drugs. We already had this conversation. Sorry, Daniel. But we can't. We don't even know where Karen really is. And we can't risk getting caught. We're looking for her. She's one of the reasons we're out here. That's why we're going down to Mexico. How come I never did the choose? I'm the one with the power. Der Dialog ist total Mist hier. Fehlt mir nicht. Ich nehme das. It's not fair. But you're my brother. And my responsibility. I have to take care of you. I know. But I'm not gonna be a kid forever. Finn treats me like an adult. He understands. Uh-oh. Big Joe. Äh, hä? Warum ist das jetzt so wichtig? Gut, klar. Die Uhr. Ja, die war im Vorspann. Aber warum ist die jetzt so wichtig? Warum müssen wir jetzt unbedingt nach der Uhr fragen? Was... Was macht das dann? Nach der Uhr fragen? Oder nichts sagen? Oder nichts sagen? Hm. Ja, irgendwie ist die Beziehung zwischen den beiden auch ein bisschen schlechter geworden. Na ja, klar. Äh, Daniel will sich... Klar, er will sich gegenüber seinem großen Bruder emanzipieren. Und, äh... Ich sag mal, um der strenge große Bruder zu sein, ist natürlich das Leben in dieser Kommune vielleicht auch gerade nicht so vorteilhaft, weil die anderen behandeln ihn halt, äh, erstens gleichwertig und zweitens wollen sie ihn nicht erziehen. Gleichwertig ist vielleicht falsch. Also ich glaub schon, dass Sean noch seinen Bruder, äh, vernünftig behandelt. Aber die haben halt eine Beziehung von einer passt auf den anderen auf. Und das ist bei den anderen halt nicht. Und da kriegt er halt, kriegt Daniel halt, wenn er mit den anderen, wie jetzt mit Finn, Ups, Entschuldigung, zusammen ist, ähm, einfach mehr, Freiheit. Und das macht ihm natürlich mehr Spaß, als von seinem Bruder erzogen zu werden. Aber ich würd mal sagen, ich sag mal nichts. Außerdem hat er doch da eine Uhr um. Oder was? Ja, am Handgelenk, der trägt doch seine Uhr. Es könnte besser sein. Wir machen cash, Inanu. Okay, okay. Ich wünsche mir, wir können... ...send Chris ein present. Oder etwas. Oder... ...möglich, einfach mal auf ihn. Wir werden, Daniel. Wenn wir sicher sind, wenn wir sicher sind und weit weg sind. Ich weiß. Ich hatte Spaß mit Hiding Seed zu spielen, letzte Nacht. Besonders in der Nacht. Du warst nicht überhaupt Angst? Komm schon. Nicht mit Finn. Wir hatten den besten Hiding Spot. Ach so, wir gehen jetzt wieder zurück zum Lager. Ich dachte, wir gehen noch weiter zum See. Na gut. So, wie ist das hier? Ist die Dusche jetzt frei? Oh ja. Aber wir können hier trotzdem noch nichts machen. Okay. Nee, können wir nicht. Was ist denn jetzt unser Ziel? Dich zu den anderen auf Big Joes Truck setzen. Was ist denn der Truck? Okay, hier ist jetzt gar nichts mehr. Ja gut, dann folgen wir Daniel. Ich nehme an, der zeigt uns den Weg. Können wir laufen? Ja, können wir noch. Na, aber lass uns die Zeit nutzen hier. Irgendwie, warte mal ganz kurz. Ich will mal hier kurz gucken. Kann ich hier irgendwie noch die Maussensibilität ein bisschen runterstellen? Ja, das ist besser. Dann ruckelt, glaube ich, das Bild nicht so, wenn ich die Maus bewege. Das gefällt mir besser. Ah, und da ist auch der Truck. Ja, die warten alle auf uns. Okay. Jetzt guckt er nicht so böse. Das ist doch gut jetzt. Wie kam da jetzt noch ein Hintergrund? Möchtest du, wenn ich hier sitze? Klar. Dann geht's jetzt abzufahren. Also, habe ich da im Hintergrund doch richtig hingeguckt? Das war Cassidy, die da noch nachkamen. So, naja, dann los. Ab zur Arbeit. Schauen wir mal. Hey, little man. So, at this point I'm like, whatever, dude, just give me more booze, you know? Yeah. You're not listening to anything I say, are you? What? Yes, I am. The party. Oh, shit. Too much sex, guys. Are you okay? Too much sex. Shut up. Two fees and a pod, these ones. I'll show you the battle score. I'm so high last night. So, I'm jealous. Cool. No way. He's a big boy, you know? How did you get out of his way? Smart. If you get too clingy, people run away. I don't know what I'm talking about. Hey, who's the knife master here? Did you lock the tent? You want to seize the pursuit of that in? So. Wrong. How do you feel? You went back for the lighter. Who knew this little tree market snowflake would end up here? With us misfits. I'm a dirty hippie. I feel free like an outside. Oh, hey, Emily. What do I do now? I'm a dirty hippie. That's what I think. Although, maybe you could understand it funny. I feel free. No. Like an outside. Well, I still feel like an outsider, you know? Ah, you're doing great. Trust me. I was way worse than you and I during the day. Really? Please, don't hurt me. Looks like you found your first day. Hey, I'm gonna shut the fuck up back there. I can't hear my music. Guess what? He was on his secret sap phone again this morning. Speaking Romanian and shit. Oh, no. Here it comes. He's aging 420. And he has a license to cook. Um, what's that? Told you a thousand times. Big Joe is a clone. They come from a factory in Silicon Valley. Maybe he's just the factory reject. Okay. Meryl got a good deal on him. He doesn't look like a clone. That's why he was rejected. Fuck. Hey. Worst clone ever. Bigfoot. Think about it. Big Joe. Bigfoot. Whoa. You might be on to something. They both smell. Stinky. Big Joe. Big Joe. Shit, you're all in love with Big Joe. You can't stop talking about him, I swear. But his ass is too big. Right on. Come on. It's kind of a mystery. Hey, pipe down back there. Enjoy the scenery for a change for fuck's sake. Shit. So tired. Yeah. Ja, ich bin auch. Wir versuchen heute zu bedenken. Ja, bitte. Und keine Weed. Alright! Wer ist bereit für einen schönen Tag in der Office? Shut up! Jemand will nicht in den Monat sein. Ich bin so fucking tired. Stopp your bitchin' oder komm aus hier. Hey! Jeez. Die Typen sind, äh, was? Eingreifen. Nichts tun. Eingreifen. Hey, come on. It's not cool. Uh, are you really shit-talking me, Cheech? Huh? Forget it, Sean. Seriously. We're late. Hey. You're gonna get us kicked out of here. Well, I just wanted to. What? Be a white knight? I can take care of myself, Sean. Bro. That guy would've beat you down. Danke, kleiner Bruder. Der hätte dich einfach fertig gemacht. Nicht so, hey, vielleicht hättest du ja eine Chance. Nein, der hätte dich voll fertig gemacht. Danke, Bruder. Das hilft natürlich. Schön. Du hast du get paid to be late. Next time, you won't be. Listen up. I need two teams today. Finn. Penny. Anders. And what's your name will clean up the mess from the storm. Yeah. The rest of you get to sit and trim. Like I wanna go pick up a bunch of shit all over the camp. Hey. You wanna trade places? Shut up, Daniel. You got a deal, kid. Yeah. I get to go outside. Hey. Mhm. You guys still don't get it. This is work, not a goddamn summer camp. You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work in the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn. You better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah. You heard the man. Stop fucking around and get in your teams. Alright? Okay, der Ton ist etwas raar. Oh. You and me are gonna talk. Remember, I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. I know. We really appreciate it. Thanks. Yeah, yeah. No ass kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up, you're both gone ASAP. Look, I'm not trying to bust your balls, but this is a pot farm and he's a fucking kid. You hear me? Yeah, hab ich verstanden. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. Hm, 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 hm. Darf ich das fragen? What kind of shit? Jesus. What is this? An interrogation? Uh, no. Du hast damit angefangen. Hallo? Okay, time's up. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. Alright. Uh, thank you. Hallo, du hast angefangen von Scheiße, äh, Business zu reden. Also stell dich da nicht an, wenn man dann nachfragt. Hey. You okay? Now for the fun part. I need this all done by tonight. No excuses. So, get on it. Alright, we good? Eh, Finn is playing boss with his crew. I told him they'd all work late if they didn't finish on time. I hope so. Okay. I gotta make some calls. Mhm. Well? What are you waiting for? You know the drill. What? Dude. This sucks ass. I feel like I'm in prison. What are you waiting for? Shhh. I just, I'm in the canal. I'm in the middle. I almost kicked us out because of your big mouth. What part of Lalo don't you get? I shouldn't even be here. Sure. I bet you wish I wasn't here. Oh, stop. I can tell. You know exactly what I meant. I feel you, Daniel. Sometimes I get stir-crazy in here, too. Look, I know you guys are having the time of your life here, but I'm not. So shut your mouth and give me some quiet, for fuck's sake, okay? Well, why do you stick around, then? None of your damn business. But I'd be long gone if I had the chance. Trust me. All right, man. So, was haben wir denn hier? Wir haben den Grashauken und wir haben... Na los, dann gib mal was her. Benutze AD um... Aha. Okay. Okay, wir haben jetzt eine fertig. Ja, das ist auch so ein Minispiel hier oder was? Können wir sonst noch was machen? Okay. Dann weiter. Look at all these butts. Oh, this is nothing. Last spring we were trimming about two or three pounds a day. Whoa. That's a lot. Yep. Had to work overnight all the time. Fifteen hours straight once. Yeah, trying to forget. I was done with Kush after that. Whoa. We are lucky. Right. And then your arms fall off. Fuck all that. Kann ich sonst jetzt endlich mal was machen? Nein. Na los, den dritten. Ach du Scheiße, ey. So werden also Drogen gemacht. Naja, wieder was gelernt. Oh, der war zu spät. Nein. Nein, die war zu spät. Big Joe. This place is a cell killer. Oh, of course. Okay. Aha. Nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, Schere säubern. Oh, jetzt, Alter. So, jetzt nochmal hier. Zack, weg damit. Weg damit. Weg damit. Nächster. Ja, pass auf, Junge. Oh, you okay, sweetie? Äh, pass auf, Junge. Dude, I told you a thousand times. Focus. Trim the plant, not your hand. Alter. Okay. Gee. Sorry, Sean. Jetzt muss ich hier auch noch nebenbei noch quatschen, ey. Scheiße. Ja, das war zu schnell, das stimmt. Take your time, dude. Shit. Was ist denn jetzt los? I hate these scissors. Aber es wird ja immer schneller. Hm, my ass hurts. Fuck, this is really boring. Oh, poor baby. That's the job. Don't think, just work. Okay. Just, don't ask me to smile for the camera all day long. Äh. Äh. Feels like working in a factory. Imagine doing this for years. See? Sean agrees with me. As always. This is fun at first, but it does start to get old after a while. How about start bitching so much? Sean, you're already on Meryl's shit list. Don't get us all kicked out of here. Just sit and trim. So, what machen wir? Und jetzt geht das jetzt hier weiter. Alter, das ist, äh. Ja. Und weiter geht's. Fünfe. Wie viel müssen wir denn machen heute? Damn, Sean. We really need to do something about your hair. What? What? What's wrong with my hair? Are you kidding me? It's high in your pretty face. I can't allow that. Come on. It's not that bad. Just... Just a mess. Yes, yes. But worry not. We've got everything to take care of it at the camp. Yeah, yeah. We'll see. Okay. So, dann die nächsten. Hey. Ich hab ja gar keine Zeit, den scheiß Text zu lesen. I can't... So what? So I'm allowed to dream a little? You won't get hurt. Promise. What about Louisiana? Must be so sweet this time of year. Okay, man. Come on. Ah. I'd love to visit New Orleans. Yep. Check out the voodoo shops and the blues band. That would be cool. Bitch, 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 bitch. Nobody's making you babies work here. No, no. You guys are all the same. Cool, let's be Tremagrantes. Then you barely work for a month. This is my life. Come here for a sec. Shit. It's always something. Okay, er ist also mit seinem Job auch nicht gerade sehr zufrieden. Oh, ein Stift? Can you folks put a lid on it? What's this? We got shit to do here. Whoa, whoa. Down. Easy for you to say, cowgirl. Neues Souvenir. Some of us have to work. Oh, schön. Please. I have a... Aha, wir haben da drin den Stift gefunden. Okay, super, schön. Weil wir genügend Blüten weggeschnüttelt haben. Uh-huh. Don't even. You're always looking for an excuse. Ooh, it's 420. Hey, Sean. Let's talk. Ow, my arm hurts. Wah, wah. Get off my crack, Hannah. We've been stuck out here for two months. I didn't come out to California to live on a fucking farm. I want to see some water. Are we gonna squat out here forever? Build a house? What? Stop. You know we voted to stay for a while. Once it's legal, we ain't got no more job here. How's it going? Na, so ist das nun mal leider. Und irgendwo musst du deine Kohle herverdienen. Oh, okay. I'm just over this place. Then go! Ugh. Take the fuck off. If we're family, we stick together. You're on the bus. We're off the bus. Hey, everybody chill. Let's not get... Sean, step back. This is our business. Just grow up, Cassidy. Stop acting like a princess. Thanks, Mom. Anything else? Yeah. But we don't have the time. Did you fall out of the wrong side of the tent or what? That's not my problem, Joseph. You're clueless. You know the drill. Do the work. Yeah. Sure. Fuck this shit. Hannah, sorry. I know. Hey, I don't want to fight. It's been a long, crappy week. Just keep it fucking down in here, okay? Okay. Okay. Na, immerhin. Wir haben 10 Blüten geschafft. Und wir haben den Stift da gefunden. So. Und Cassidy gefällt es da auch nicht. Wir haben mir leider ein bisschen, wie ich finde, zu oft recht gegeben. Das hätte ich vielleicht auch ein bisschen weniger machen können. Aber das war echt so. Arbeiten unter Stress hier, ey. Und dann geht jetzt halt den Text zu lesen. Da muss ich echt drauf konzentrieren. Da wenigstens so ungefähr den Sinn der Unterhaltung zu verstehen. Okay. Wir haben den Tag geschafft. Und die Hände tun weh. Cheer up, mein Little Sean. Trust me, it's not as bad as you think. Other farms in the areas just straight down exploit your ass. You gotta be careful with those scissors. They're sharp as fuck. Yeah, no shit. Oh, you'll get scars, but you'll get it. Part of the fun. I ain't sexier. Later, Big Joe. Smile, asshole. So, did you have a good day at work, honey? Familienväter Danny hat rumgeheult. Die Mädels sind cool. Eigentlich nicht. Die haben da auch rumgezickt, hier. Na komm, wir beschweren uns mal über die Mädels. Meryl war sauer. Cass ist eine TV-Show wie bei deinem Tag. Hm. Having Cass around is like a TV-Show. She can't sit on her ass for more than an hour. Yeah. Always been this way. Like these sharks that dive, that stop moving, you know? I was the same at school. So glad we're out here now. Uh-huh. No wonder she digs you. So do I. You're a good fit for the family. You totally hooked us up. A job, cash, friends, safety. John. Everybody's cool with you, too. Daniel is your secret weapon. I don't know. He's way too young for this bullshit. You gotta be zen about this. The more you try and control him, the less you have. It's deep, huh? I swear. He acts just like me. That's how I know he's smart. And he's also got a kick-ass hermano. Yeah. My brothers are like that. Er hört nicht auf mich. Na, hat er dir doch gerade erklärt. Lass ihm seinen Freiraum und, äh, dann wird's besser werden, oder? Was ist deine Geschichte, Grimotas? So, what's your story? Um, I mean, you don't have to tell me, but... Yeah, I was pretty lucky. My parents were... ...okay. I had three big brothers who spoiled me. Aw. You were the baby boy? Like Daniel. But my family was kind of... ...missed up. My dad was like a... ...front for hot cars. Yeah. He'd steal, strip, and sell them. My brothers and I helped him. You know. Typical shit. Okay. Till we got busted. Mm-hmm. Fucking feds wanted me and my brothers to testify. But my dad... ...narked on us instead. Damn, Finn. That... ...sucks. What happened? I went to jail. When I got out, I was like... ...fuck everybody. So I hit the road, Jack. And... ...anyways... ...I found a cooler family out here. You know? I love traveling. Checking out new things. Well... Yeah. Never gets old. ...inco is the ultimate road trip. If we make it there, dude. Who knows? It's pretty scary. So fucking far. It is. But... ...you have time. And a strong... ...uh... ...dammit... ...will. Yeah. Nothing can stop you from going there. It will... ...be all right, Sean. Don't worry. Okay. Therapy's over. Oh. Yeah. I gotta move those water tanks for the shower and stuff. It's cool you're doing your part, Sean. Finally. Glad I can help. Okay. Ich wollte noch mal gucken. Da war vorhin im Hintergrund... ...da hinten ist das Auto eingebracht. I need to take care of those water tanks. Wohnt der da auch? Oder ist das schon... Naja, weiß ich. So. Ähm. Okay. Ja. Äh. Tagebuch. Was haben wir denn gemacht? Okay. Wir haben hier, äh... Bis hierhin haben wir schon gelesen, ne? Ja. Müssen uns verstecken. Es ist nicht leicht. Dann haben wir hier das Bild gemalt. Dann haben wir hier Agent 420. Gib mir Hot Dogs. Cassidy, die wilde versus Hannah, die weiser. Ja, die haben sich ganz schön angezickt hier. So. Wie auch immer. Ähm. Wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist die Folge sowas von rum. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ahoi und ciao, ciao. Ciao.